Ich finde, das ist eine gute Idee für den Tag der Deutschen Einheit in Deutschland vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir führen zum Thema Klimawandel, Klimaschutz, so eine Initiative ins Leben zu rufen. Und ich freue mich, dass das a. in die Zeit passt, ich freue mich aber auch, dass es in unsere Gemeinde passt. Und unsere Gemeinde steht hier, natürlich nicht alle, aber ganz viele, und das finde ich toll, stehen hier um mich herum, um daran teilzunehmen, am Einheitsbuddeln. Ja, das Einheitsbuddeln ist ein weiterer Baustein, so würde ich das jedenfalls sehen, den die CDU Söhfeld in den letzten Wochen und Monaten in der Gemeinde gesetzt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017